Ey, ich will Feuerzeug rein! Nein, Mann! Das ist eh daneben geflogen, Herr. Warum macht er das? Ey, das ist frisch voll, ey! Echt, ich hör's? Ja, Mann, ich hab schon irgendwie Angst. Ja, dann warte, bis du aufstehst. Muss ich reinlaufen, ne? Nein, nein! Warum muss ich nicht reinlaufen? Okay, lauf weiter. Meine Ahnung juckt so hart! Oh, das ist voll schwarz! Brennt jetzt die Flasche? Ja! Ich weiß nicht, dass es brennen könnte. Ey, aber wohl regnet, es soll gut brennen, ey! Es ist Metall, ey, ich check nicht! Die Brennen, weil es Metall ist. Boah, die ist schon aufgegangen, die ist schon längst ausgebrannt. Boah, ey! Echt? Kaputt? Ja, die ist offen. Ich glaub dir nicht. Nee, zisch, boah, scheiße! Ach so, mehr! Nee, das war's! Alter, das ist nicht Tomb Raider hier! Das ist gar sexisch! Boah, ich hab mein Feuerzeug daneben geworfen! Boah, hab ich hingeworfen! Da liegt das! Ja, ich glaub ich das! Boah, boah, boah! Boah, boah! Boah, boah! Boah, boah! Boah, boah! Ey, das Feuer ist, wenn man mit dem Feuer spült, oder? Das ist voll die Metapher! Gleich explodiert was! Boah, ich hab voll Angst! Boah, ich bin nicht her! Straße explodiert! Straße explodiert! Das Handy explodiert! Das Handy explodiert, weil es mit Wasserkontakt ist! Ja, ey, da war 0,1% klar dran! Fehlt eigentlich nur, dass das Handy schrumpelt oder sowas, ne? Bei Wasserkontakt! Das zusammenzieht, sieht man ja überhaupt kurz! Ich mein, seht das Feuer! Wo machst du nicht Licht? Weiß nicht, äh... Boah, du liest in der Dunkelheit, oder? Ich lebe in der Dunkelheit, ich mach ein Foto! Mach ein Foto! Machst du so wild, Schmerz! Scheiß, wo hab ich den Huren so ein Feuerzeug? Keine Ahnung! Du hast geworfen! Schwarz! Du siehst, wo ist Schwarz? Du Huren so gern! Boah, das hat's wieder voll geboren! Bleiben gebrannt! Irgendwann ist da voll der Kröpfelweg! Das ist eure Schuld, ihr Boss! Ja, das ist halt so, wenn ich jetzt auch nur so... Ey, das war's, Pate! Ja! Hier ist was gebacken! Es ist gerade der Image gebackt! Es ist gerade der Image gebackt! Das ist eine Feuchelschaft! Nein! Das ist eine Festplatte! Festplatte! Boah, das sind die guten Dämpfe, oder? Mh, normal! Aber auch ein bisschen Plastik! Ich check nicht, das ist PVC Polyvinylchlorid, okay? Aber Chlorid ist doch Salz! Hier kann Plastik Salz sein! Chlorid ist nicht Salz, Chlorid ist Chlorid! Achso? Natrium! Chlorid ist Salz! Achso! Achso! Das war's! Das wird einer dreht mit ihm, während ihm das nicht passiert! Amputationsspitz! Die auch, ne? Da gibt's schon gar einen Schatz! Das war's!